Seit gegrüßt, nachdem wir letztes Mal ja unser Schlüsselwort, Versen, anderen irgendwas zusammengesammelt haben. Ach ja, da lag ja noch, was war das nochmal? Ich glaube irgendeine Waffe, die wir nicht wollten, oder? Genau. Das ist eine komische Axt. Was machen wir denn noch? Wir können in den Gebäuden, waren wir glaube ich, wir müssen eigentlich nur noch in das Hauptmann irgendwas, das waren wir da schon dran. Geht mal hier alle hin. So, namenloser, guck da mal rein. Ähm, ja, magst du nicht? Mord, was machst du da? Ah, da sind 200 Kupferstücke drin. Keine Ahnung, was das ist, aber jetzt sind da auf jeden Fall keine 200 Kupferstücke mehr drin. Die sind jetzt da, wo sie rechtmäßig hingehören, oder halt eigentlich auch nicht, aber wo sie jetzt hingehören. Sie gehören jetzt uns, wir erheben einfach den Anspruch darauf. Erledigt. Jetzt gehen wir nochmal hier in die Kaserne. Und dann können wir nochmal hier hochgehen und mit dem, äh, anderen der, äh, Stadtverwaltung da sprechen, vor der Tür. Und wenn der nichts mehr zu melden hat, müssten wir eigentlich gehen können. Ähm, also ich fühl mich jetzt auch nicht so, dass ich noch irgendjemanden vergessen hätte. Ich bin weg. So, was haben wir hier? Wir haben hier Betten und Truhen. Die wir anscheinend nicht an, äh, wählen können. Ne, sieht nicht so aus bis jetzt. Gucken wir nochmal weiter rein. Jetzt nochmal Fässerchen. Äh, ne, und die Truhen, die waren auch nicht. Schon gut. Hm. Schon gut. Ich hab Hunger auf noch mehr Eis. Mein Hals juckt schon wieder. Schon gut. Äh, dann muss ich das gleich mal essen. Wenn ich hier fertig bin. In einer halben Stunde. Erledigt. So, hier, Wache aus Verdammnis. Hast du noch irgendwas zu sagen? Mh, ne. Scheint nicht so, oder? Was kannst du mir überlegen? Du siehst deine Wache von Verdammnis. Er wirkt etwas gelangweilt. Was möchtest du? Kannst du mir etwas über diesen Ort erzählen? Wir stehen im Moment unter Sicherheitsverschluss. Wegen der Pest. Wissen nicht, woher sie kommt. Aber wir stellen tief Teile der Stadt unter Quarantäne. Bis wir es wissen. Willst du sonst noch was... Ähm, ich möchte etwas... Ich möchte mit dem Verantwortlichen sprechen. Was? Der Stadtverwalter? Er ist im Verwaltungsgebäude. Viel Glück. Du wirst es brauchen, wenn du zu ihm vorgelassen werden willst. Er ist derzeit für niemanden zu sprechen. Sein Geist scheint derzeit an einem anderen Ort zu verweilen. Wir haben noch andere Fragen. Ich bin auf der Suche nach einem Deva. Dann suchst du am falschen Ende des großen Rings. Dossel. Denn selbst wenn du hier... Dann selbst wenn es hier einen gäbe, willtest du ihn nicht finden. Er wäre fest unter Verschluss. Wie das Gold der... Wie das Gold eines Geizhalses. Äh, dann vergiss es, lebt wohl. Also ihr seid alle bestimmt so interessant, nicht wahr? War hier nicht gerade ein Fragezeichen? Ach, hab ich bestimmt wieder verguckt. So, raus hier. Ist ja super spannend hier drin. Hat sich ja noch voll gelohnt. Erledigt. Ach, wenigstens sind wir in einer Stadt voller Lim-Lims. Ach, das ist so wunderbar. Sie streuen dann überall rum. Ja, der Händler hat nichts Besonderes für uns. Ähm, was ist mit dir? Nichts lebt wohl. Also mit dir ist jetzt nichts passiert, sondern nur die komische Frau. Da wird verhaftet, oder wie? So, der ist weg. Was sagst du uns denn, Verwalter von Verdammnis? Du siehst einen elegant gekleideten Mann mittleren Alters. Als du näher kommst, blickt er dich gelangweilt an. Sei gegrüßt. Er deutet einen Nicken an. Du auch, Schleifer. Ich bin Karl Parfidora, Verwaltungsassistent. Kann ich dir helfen? Ich suche einen Deva. Man hat mir gesagt, er sei ein Verdammnis. Er blickt dich mit gerundelter Stil an. Du meinst wohl Trias? Ja, er ist hier. Genauso gesagt ist er im Gefängnis. Warum willst du zu ihm? Brauche ich einen Grund. Es ist eine private Angelegenheit. Ich habe ein paar Fragen, die nur er beantworten kann. Nehmen wir mal das. Er blickt dich eine Weile ruhig an. Ich verstehe. Nun, niemand darf ohne Erlaubnis von Thor, Thorwos. Er lächelt dich an. Und niemand wird zu Thorwos vorgelassen, nachdem er nicht geschickt hat. Ich schlage vor, dass du wieder gehst. Du kannst es doch sicher arrangieren, dass ich mit Tofowurst sprechen kann. Ja, er heißt Tofowurst. 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 Er lacht. Ja, aber ich habe nicht die Absicht, dir Zutritt zu gewähren, solange Tofowurst nicht nach dir schickt. Jetzt geh. Ich kann dich auch töten und einfach zu ihm reingehen. Es ist wichtig. Es muss einen Weg geben, wie ich hineinkommen kann, um Thorwos zu sprechen. Er schüttelt den Kopf. Der einzige Weg durch diese Tür ist, dass Thorwos nach dir schickt. Oder ich dich hineinlasse. Thorwos hat nicht nach dir geschickt. Und ich habe nicht die Absicht, dich selbst hineinzulassen. Er lacht. Außer natürlich, wenn du etwas Wichtiges für mich hättest. Mir fällt nichts ein, was ich gern von dir hätte. Verstehe. Leib wohl. Erledigt. Das ist der politische, korrupte Drecksäcke hier überall. Bankmanager. Oder auch anders ausgedrückt. Räuber. Diebe. Politiker. Klopf, klopf. Oh nein, er macht Klopf, Klopf. Das Witze mit Nordon. Warum sprichst du mich ständig als Tür an? Das ist ein Witz, du hirnloses Polygon. Du musst antworten, wer ist da? Ich weiß, wer da ist. Du. Warum soll ich eine Frage stellen, zu der ich selbst die Antwort weiß? Herrlich. Weißt du was? Vergiss es einfach. Herrlich. Erledigt. Schon gut. Oh mein. Ich muss mich gerade zusammenreißen, um nicht loszubrillen. Oh mein. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lustig finde. Aber ich fand das gerade irgendwie sehr komisch. Was ist denn das, wenn man bedenkt, wer daran beteiligt ist? So, ja, hier sind nur Schläger. Ja, dann gehen wir mal raus. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir groß vergessen hätten. Erledigt. Wir wissen, dass wir die Hälfte der Händler nicht gefunden haben und die andere Hälfte und hier. Checker Blut hat irgendwie noch gar nichts für uns gemacht. Oder? Willst du vielleicht noch was? Checker Blut muss doch dich antwänglich. Mit all der Konzentration, die einen Betrunkenen aufbringen kann. Er grinst tönig und wendet sich wieder seinen Humpen zu. Dann lebt wohl. So, besudelter Barse. Bist du bereit zu gehen? Es gibt kein Zurück, sobald du hin und hin durchgegangen bist. Wird das Tor geschlossen. Verriegeln ist auf magische Weise geschützt. Willst du es tun? Ich bin bereit. Okay, vielleicht hätten wir das nicht sagen sollen. Oh, 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 oh. Trelons? No, Bluetooth. So wie immer. Ich bin ein wenig aus der Übung, wie es aussieht. Ah, nix. Einfach immer ruf auf die Scheiße, bis er kippt. Ist noch mehr? Oh, kein Bluetooth mehr für uns. Dann gucken wir, was die so... Die lassen doch was fallen, oder? Genau. Wie so eine Schriftrolle und... So ein Silberarmband. Perfekt. Und Kampfmusik bis zum... Tauchwert. Total perfekt. Entschuldigung, wurde eingereicht. Genau. Wir hacken uns jetzt mal wieder durch hier, so wie sich das gehört. Ich bin verwundet. Ach, da kommt. Das ist doch nur ein Kratzer. Fleischwunde. So, noch mehr. Du, das magst du mich nicht heilen. Hier, wir helfen dir mal. Oder haben wir keine Heilzauber mehr? Doch, nein. Doch, hier, kritische Wunden heilen. Mach mal. Genau. Ging doch gut. Dürfen wir nochmal speichern hier. Ach, da oben. Hoa Abishai. Erledigt. Sieht zwar eher aus wie ein roter Abishai. Und da haben wir... Nuperbio. Was ist denn das denn? Die sind ja putzig aus. Da wäre, dass die angeblich Gegner sind. Ja, magische Geschossschriftrolle. Passt mal wieder nirgends wohin. Hier, Darkon, Nim. Äh, das kann, glaube ich, zu No-Dom gehen. Das kann auch zu Darkon. Und das auch. Das Spiel kann nicht gespeichert werden. Ja, gut. Schon gut. Darf man die irgendwie töten? Oder sonst was? Aha, es war so nicht klug, sie anzugreifen. Aha. Ähm. Mögtet ihr auch noch anhacken oder so? Und sie kotzen anscheinend rum. Ich gebe mir so nicht so Übererfahrung. Auch wenn die lustig aussehen, bringe ich sie trotzdem um. Weil ich's kann. Auch wenn es Unglück sein soll, wenn ich die vielleicht dafür irgendwas brauche. Ah, hier geht's hoch. Hm. Komische Leute. So, der hohe Abishai interessiert mich noch. Hier gibt's noch Techna. Vermutlich auch noch irgendein. Abishai, was sagt denn die Karte? Die sagt gar nix bis jetzt. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, ja, ja. Schon gut. Nichts für's scheinend. Bestimmt war's auch nicht, sonderlich klug, alle umzubringen. Hohe Abishai haben wir hier nochmal. Und hier haben wir Linura. Ja, nicht. Hm. Schon gut. Wenn ich Linura umbringen möchte, reden wir erstmal so mit so einem roten Abishai. Vielleicht sagt er uns ja was zu den Viechern, die da stehen. Du siehst einen roten Abishai. Eine Art Reptil mit einem schlangenartigen Körper, vier Klauen, ledernen Flügeln und einem Drachenkopf. Sein Körper ist bedeckt mit mattroten Schuppen. Die Kreatur steht aufrecht auf den Hinterbeinen und stützt sich mit ihrem Greifschwanz ab. Als du näher kommst, verengt sich deine Augen zu schmalen Schlitzen und er fängt an zu zischen. Sei gegrüßt. Der Abishai starrt dich an und zischt etwas in kehrligen Lauten. Du merkst, dass er nicht mit dir spricht. Als du eine Antwort von irgendwo hinter dem Abishai hörst, nach einer Weile legt er den Kopf zur Seite und zischt dich an. Was willst du? Ich habe ein paar Fragen. Der Abishai stößt eine Reihe von Zischlauten aus, auf die eine Antwort aus Richtung der unbekannten Quelle folgt. Nein, du sprichst mit Tick. Er lacht. Er deutet unbestimmt hinter sich. Er einverstand mit dir reden. Ähm, vergesst es, lebt wohl. Lemure, ihr seid total hässliche Fleischklopse, im Gegensatz zu den lustigen weißen Dingern, die da vorher waren. Die sind auch wirklich mal mörderhässlich. So, hier, Tekla. Erledigt. Was hast du denn hier? Privatgemächer oder was? Was gibt es hier doch nicht? Gibt es da Schätze? Boah, ein Stück, ey. Nicht mal Schätze. So, dass denn hier, wenn ich dich nicht mal plündern kann. Keine Überwaffe des Zerhackens oder so. Mein Hackmeister plus zwölf. Du siehst ein entfernt humanoides Wesen mit einem grotesken Schuppen, das mit grotesken Schuppen bedeckt ist. Es hat riesige Flügel und einen Greifschwanz. Es beobachtet dich amüsiert, als du näher kommst. Sei gegrüßt. Er stößt einen kehligen Laut aus und lächelt dich an. Ja, sei gegrüßt, kleiner Mensch. Ich habe ein paar Fragen. Selbstverständlich. Stell dir deine Fragen. Es lächelt dich heiter an. Wer bist du? Er denkt einen Moment über deine Frage nach. Mein Name tut nicht zur Sache. Wenn es einen Grund gäbe, weshalb du mich kennen solltest, dann würdest du mich auch kennen. Er hält inne. Wenn du mir aber unbedingt ein Namensschildchen anhängen möchtest. Nenn mich einfach Tick-Illach. Das Wesen lächelt. Was ist denn das für ein Name? Der Einzige? Der Einzige, den du von mir bekommst. Es fixiert dich genau. Ich verstehe. Ich habe einige Fragen. Und was bist du? Er legt den Kopf zur Seite und sieht dich nachdenklich an. Was ich bin? Musst du das wirkliche wissen? Es denkt einen Moment darüber nach. Naja, schade wird es wohl nicht. Ich glaube, deine Leute kennen mich als einen höheren Batezu. Einen Kornugon, um genau zu sein. Na, du bist ein höherer Batezu? Ja, überreicht dich das? Er sieht dich erwartungsvoll an. Ich verstehe nur nicht, wieso du dann hier bist. Solltest du nicht zu Hause sein und in diesem Blutkrieg kämpfen oder so? Er sieht dich finster an. Ja, da ist der Blutkrieg. Aber es erliegt nur eine Weile. Aber er liegt nun in weiter Ferne. Und muss nicht mehr erwähnt werden. Warum nicht? Einzig und allein aus dem Grund, dass ich es nicht will. Zumindest im Moment nicht. Er schlagt dich böse an. Äh, ich habe dann noch weitere Fragen. Was machst du hier? Was ich hier mache, ist meine Sache. Ich glaube kaum, dass es dich etwas angeht. Er lächelt dich vielsagend an. Ich schlage vor, du wechselst das Thema. Ich verstehe diese Heimlichturrei nicht. Du machst den Eindruck, als würde hier noch etwas anderes vor sich gehen. Er sieht dich an und tut erstaunt. So mache ich das? Oder interpretierst du vielleicht das, was ich sage und tue so, wie es dir am besten passt? Wie auch immer, ich habe deine Fragen beantwortet. In der Angelegenheit habe ich nichts mehr zu sagen. Warum? Einzig und allein aus dem Grund, dass ich es nicht will. Zumindest im Moment nicht. Er schlagt dich böse an. Wir haben ein paar andere Fragen. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Was gibt es da zu erzählen? Er deutet unbestimmt um sich herum. Seh doch selbst! Alles liegt hier offen vor der Tür. Ich will das Gefühl nicht los, dass es hier mehr zu wissen gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Er sieht dich an und tut erstaunt. Wirklich? Leidest du an Verfolgungswahn oder bist du so misstrauisch? Wie auch immer, ich habe deine Fragen beantwortet. Und ich habe in der Angelegenheit nichts mehr zu sagen. Ja, kennen wir. Warum kannst du... Was kannst du mir über die Stadt der Verdammtes sagen? Er runzelt die Stirn und denkt ernsthaft über deine Frage nach. Es ist ein gottverlassener Ort. Ein Ort, an dem Betrug dies und Karlsherrschen. Eine Stadt, die am Abgrund des Verderbens schwebt. Sei auf der Hut, wenn du dich in ihren Mauern bewegst. Am Abgrund des Verderbens schwebt. Er seufzt und schaut zur Seite. Es ist eine Grenzstadt. Kleiner Mensch, auf der anderen Seite liegen die Außenländer. Auf der anderen liegt die Ebene Karserie. Solange die gegenwärtige Situation in Verdammtes anhält, wird es eine Grenzstadt bleiben. Er macht eine rhetorische Pause. Er zählt weiter. Wenn die Situation in der Stadt aus der Müllehutel läuft, könnte sie in Kavari hierunter herin unterrutschen und mit der Ebene eines werden. Bei zu viel Reglementierung auf der anderen Seite wird sie in die Außenländer abgeleitet und so keine Grenzstadt mehr sein. Er zuckt die Achseln. Das ist das Schicksal solcher Orte. Wird sie damit sagen, dass die Stadt sich tatsächlich verschieben könnte? Er schenkt ihr ein ironisches Lächeln. Ja. Wenn das passieren sollte, was könnte man dagegen tun? Er zuckt die Achseln. Feststellen, in welche Richtung die Stadt gelutscht ist. Und ein Gleichgewicht schaffen. Zu viel Ordnung richtet ein bisschen Chaos an. Zu wenig Ordnung schaffe mehr Gesetze. Er lächelt. Wenn du deine Maßnahmen konsequent durchführen würdest, könntest du die Stadt in ihre Grenzlage zurückbringen. Oder sie auf die andere Seite abgeleiten lassen. Du hast mir sehr geholfen. Und das wirft eine weitere Frage auf. Warum? Er sieht dich veriratet an. Warum was? Ihr bat zu, seid doch allgemein bekannt als die Inkarnation des Bösen. Warum bist du dann so hilfreich? Weil er rechtschaffen Böse ist. Er lacht gelig und grinst. Glaubt nur nicht, dass ich dir aus Freundlichkeit helfe. Oder dass ich etwas nicht von Grund auf Böse bin. Ich helfe dir. Weil es mir zum Vorteil gereicht. Das ist alles. Inwiefern gerecht es dir zum Vorteil, wenn du mir hilfst? In ja. Inwiefern eigentlich? Er lächelt sich weiterhin an. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe das Mikrofon berührt. Und ich hoffe, man hört es. Man hat es nicht gehört. Als Gottmensch ist mir zufällig bekannt, dass wir in der Gießerei an einem geheimen Gerät arbeiten. Kannst du mir darüber etwas erzählen? Du bist ein Gottmensch. Er sieht dich respektvoll an. Aufgrund deiner Bande will ich deine Frage beantworten. Mein vorgesetzter hat das gewertete Auftrag gegeben. Es ist eine Waffe, die im Blutkrieg zum Einsatz kommen soll. Was ist der Blutkrieg? Das wissen wir ja schon. Bis zum Vergangenen haben wir das schon gehört. Aber wir müssen das dann mit ihm normal fragen. Er denkt eine Weile über deine Frage nach. Du denkst schon. Achso, du denkst schon. Er will gar nicht antworten. Der Blutkrieg ist ein Konflikt zwischen uns und den Tanari. Er hat keinerlei Bedeutung und muss nicht erwähnt werden. Warum denn das? Einzig und allein ist dem Grund, dass ich es nicht will. Zumindest im Moment nicht. Er startet dich böse an. Wir haben noch ein paar Flagen. Ja, komische Maschine. Ich muss jetzt gehen auf Wiedersehen. Reimen. Ja, Lemuren töten. Lemuren töten. Eieieiei. Monster Party mit Lemuren. Was machen wir denn mit euch? Haben wir irgendwelche tollen Zauber? Wo hätten wir ein Dorm angebot? Schwarze Stachel verschwimmen. Klaftschuss, komisches Kuss, Gedöns, Kugelblitz, Sturm. Ja, passt ja bestimmt gut, ne? Lemur. Ja, voll gut, ne? Finde ich auch. Bam, 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 bam. Der Zauber ist ja auch einfach nur toll. Düb, 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 Blitze zu können. Oh, mehr. Schade. Ganz viel. Alle, alle tot. Viel Erfahrung bekommen. Das gefällt mir super gut. Ähm, ja. Ihr habt da nichts. Oh, da sind Fallen drin, ne? Naja, da laufen wir nicht weiter rum. Wie scheint war es das hier oben? Ja, wir können auch mal ein Stück weiter gehen. Wie wir das auch. Oh nein, ich bin schon wieder Zerklinger. Ich meine, Traylons. Ähm, wir müssen d'accord mal wieder ein wenig heilen. Dü, 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 Kampfmusik ist so schön und laut und alles und Segen. Und wir haben keine Haltzauber mehr. Wir haben vielleicht mal rasten sollen, aber ist ja auch egal. Wir haben ganz viel Haltzeug. Voll gut. So, schauen wir jetzt mal weiter um hier. Oh, wir können nicht speichern, wenn Zerklinger in der Nähe sind. Wer hätte das gedacht? Du, dü, 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 alles ist gut. Ähm, was tut er da? Hier, komm mal her, hier. Darüber sind auch schon im Behälter. Dann guck mich mal eben nochmal was. Du nicht. Du nicht, du nicht. Du nicht. Dann nehmen wir mal dich. Hier, guck mal, was die so dabei hatten. Oh, einen Hammer, den brauchen wir eher weniger. Eine Streitachs brauchen wir auch mal eher weniger Ach man, ich wollte das anklicken Genau, das da Einen Silberring, den brauchen wir Also gut Hier oben haben wir nichts Und hier haben wir eine Streitachs Ne, ne Und durch die Wand können wir irgendwie so ein bisschen gucken Das ist ja auch nicht schlecht Dann gehen wir jetzt mal hier drüben hin Kommen wir von da? Ja, wir kommen von da Hier die schicke Säule an der Wand Dann können wir jetzt nochmal ein Stückchen nach unten gehen Ach so, mehr Drehlohns Genau, Mord Mach sie alle fertig Ach, du sollst nichts aufheben Du sollst weiter den Finger kaputt hauen Ach, ich hab gesagt, du sollst den Finger kaputt hauen Und nichts aufheben Ja, wie viel Kritis willst du noch setzen? Wie kann so gut Setz doch einmal mal einen kritischen Schlag nach dem anderen Nicht, dass ich da was gegen hätte Aber ein paar weniger wären auch in Ordnung gewesen So, noch ein paar Schriftrollen Was haben wir hier noch, schöne? Auf jeden Fall haben wir Löcher in der Wand Was sie zu bedeuten haben, weiß ich allerdings noch nicht Dann gehen wir nochmal hier unten rein Das Spiel steht übrigens beim Schwierigkeitsgrad auf Mittel Müsstest du mir das Wir können mal gucken Es sollte da eigentlich stehen Ähm, hoffe ich Äh, Spieloption Ach ne, das ist noch ganz leicht Dann müssen wir den mal wieder auf Mittel zurückstellen Darum laufen wir da auch so Metzeln durch Schon gut Das geht ja auch nicht Das wird ja langweilig Ach, wen haben wir denn da? Och, nö Och, nö Hier, guck mal, ob du was findest Äh, Fallen aufspüren In Ordnung Oh, in Ordnung Und kümmerst du? Und hier haben wir Dinger zum Ausplündern Das gefällt mir gut Und da geht es um Dann plündern wir mal Und danach sprechen wir Oh, 1000 In Verschriftrollen Oh, in Ordnung Da lässt man sich ja nicht lange bitten Und hier noch ein paar Talismane Und sonst was Und nochmal flüssiges Dacon-Getränk Ich kümmer mich drauf Hier, wie ist das nochmal? Flüstern der Flacon Plus 2 auf Stärke Für Dacon Kann, glaub ich, auch nur eher einsetzen So, äh, hier, hier, lauf mal nicht weg Wurscha Drushala Wurscha Ach, nee, Drushala war was anderes Das gehört nicht in das Universum Du siehst deinen Mann Mittleren Alters In schäbiger Kleidung Er schaut finster Als du näher kommst Und sie sich Und sie Und sie Und sie dich misstrauischen Woher kam Drushala Ach so, Drushala war, glaub ich, der, äh Gott der Drasi bei Babylon 5 Wenn ich mich nicht irre Sei gegrüßt Sein Blick wird noch finsterer Während er dich beobachtet Oh, hallo Was willst du? Ich habe ein paar Fragen Was Und was wären das für Fragen? Wer bist du? Er zögert, bevor er antwortet Heiße Wurscha Er führt eine Antwort nicht Er führt seine Antwort echt weiter aus Ich habe noch weitere Fragen Was machst du hier? Er starrt dich ausdruckslos an Und zuckt mit den Schultern Ich Bin Händler Dies ist mein Lager Was lagerst du denn hier so? Er rutscht die Stirn Ich sehe nicht, inwiefern dich das was angeht Ich bin nur neugierig Er zuckt mit den Schultern Naja Er deutet unschlüssig auf seine Waren Bier Meht Und so weiter Er sieht dich etwas nervös an Wo ist die Option? Ich möchte ganz viel Meht kaufen Boah, ihr Schweine Warum nicht? Wieso bist du denn so nervös? Er zuckt nervös Ich bin überhaupt nicht Ich bin überhaupt nicht Er sieht dich trotzig an Könnten wir das Thema wechseln? Nein, ich glaube du führst etwas im Schilde Ich möchte gern wissen was Er starrt dich an und seufzt dann Ich bring das Zeug durch diverse Kanäle rein Die Wachen wissen von nichts Oh, du bist ein Schmuggler Han Solo haben wir getroffen Er schaut finster Ich bin Schwarzhändler Hört sich besser an als Schmuggler, oder? Er schaut dich mit schlauer Miene an Sag mal Was hättest du davon Wenn du mir ein bisschen zur Hand gehst? Gegen eine Beteiligung im Geschäft Inwiefern zur Hand gehen? Er überlegt einen Moment Hier in der Nähe lebt ein Gerales Er hat schon versucht mich zu töten Das macht es für mich nicht einfacher Mein Zeug hier rauszubringen Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert Das ist ein Gerales Er zuckt mit den Schultern Ach, das ist irgend so ein blödes Viech Das alles fressen will Was ihm unter die Augen kommt Er sieht dich unbehaglich an Warum erledigst du es nicht selber? Ich bin kein Karreger Mir würde es Mich würde es gleich töten Mit einem Blick auf deine Narben Für jemanden in der Lage Der in der Lage ist zu überleben Was du offenbar Was du offenbar überlebt hast Sollte es nicht schwierig sein Mit ihm fertig zu werden Was ist das nun für ein Vieh? Ja Was bekomme ich, wenn ich es für dich erledige? Er lächelt Ich könnte einen Partner gebrauchen Das Geschäft läuft gut Und ich kann nicht alles ganz allein ausliefern Wir könnten den Gewinn halbieren Wie wär's? Das heißt teilen Das heißt Du halbierst deinen Gewinn Aber der Gewinn wird nicht halbiert Sondern wir bekommen die Hälfte Das heißt teilen Nicht wir können den Gewinn halbieren Das würde ja bedeuten Dass ich von nichts noch weniger bekomme Aber vielleicht meinst du das ja auch sogar so Sicher, warum nicht? Sein Lächeln wird breiter Gut Erledige den Gehleres Und komm wieder her Ich hab noch ein paar Fragen Kannst du mir was Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Er sieht sich um Es gibt eigentlich nichts zu erzählen Er zuckt mit den Schultern Er sieht sich selbst um Wir haben weitere Fragen Ich suche nach einem Deva Ich habe gehört, er sei ein Verdammnis Er runzelt die Stirn Ein Deva? Ich habe da so Gerüchte gehört Er hält inne Was für Gerüchte? Er zuckt die Schultern und sieht weg Hier unten wurde ein bisschen gegraben Weil ein Gefängnis erweitert werden sollte Man sagt, sie seien dabei per Zufall In eine geheime Kammer durch Sie wären per Zufall in eine geheime Kammer durchgebrochen Er windet sich dir wieder zu Haben da irgendetwas oder irgendjemanden Eingekerkert gefunden? Erzähl weiter Einige sagen, es war ein Deva Den man dort fand Andere sagen, es war ein Batezu Und wieder andere behaupten Es war ein Tanari Er zog die Achseln Mir persönlich, es ist ziemlich egal Was auch immer es ist Ich werde mich davon fernhalten Äh, ja Wir haben sonst noch hier so Nö, nö Oder ein paar Fragen Nö, ich muss gehen Lebe wohl Erledigt Hier, wir töten dein Vieh bestimmt mal demnächst Schon gut Oder ja Wir können hier eben noch ein Stück rumlatschen Und dann war's das auch Ich geh mal davon aus Dass der hier irgendwo um die Ecke liegt Dieser Haufen Schuttbalken Versperrt deine Rückkehr in die obere Welt Versperrt deine Rückkehr in die obere Welt Wie sehr du auch den Haufen Wie sehr du auch An dem Haufen gräbst Der Schutt versperrt dir den Durchgang Ach, das ist wahrscheinlich Wir hätten ja von oben hier irgendwie so reinrutschen können Ich bin weg Ja, ja, reinrutschen von oben Das ist jetzt dumm gesagt Äh, was ist das? Achso, das ist ein Gerüst Warum greifst du uns nicht an? Ich wollte doch gar nicht mit jemandem reden Du siehst ein hochgewachsenes, schlankes Wesen Mit langen Armen und einem kläglichen Kopf Aus seinem riesigen Mund Schauen mehrere Fangzähne hervor Und seine Finger haben lange Krallen Sie starren dich unverwandt an Während du näher kommst Sei gegrüßt Das Wesen dehnt sich vor Und schnüffelt an dir Dann steckt es seine Klaue aus Und befühlt dich prüfend Es leckt sich die Lippen Bist ein bisschen zäh Aber vielleicht Bist du ja trotzdem ganz schmackhaft Ich hab ein paar Fragen Er grinst sich mit den blösten Zähnen an Gegen eine Unterhaltung vor dem Essen Hab ich nichts einzuwenden Was willst du denn wissen? Du willst mich fressen? Sein Lächeln wird noch breiter Ja das sind will ich Sobald du mit deinen Nächeln fragen fertig bist Du kannst es ja mal versuchen Aber du wirst an Bauchschmerzen sterben Wenn ich dich ausnehme Ich komm in friedlichen Absichten Leb wohl Ja du kriegst vielleicht Bauchweh Er zuckt mit den Achsen Und hebt gleich wieder den Arm Ich geh das Risiko ein Ich glaub gefressen werden Ist eines der wenigen Sachen Die uns Tod tot macht Also Nicht tot Dass wir wieder aufstehen Sondern halt tot tot Ja wie soll man das sagen In der Bedienungsanleitung Steht so ein bisschen darüber drin Wie man Also man ist zwar Unsterblich Aber man ist nicht Unvernichtbar Irgendwie Zumindest Ja Ja es grinst mich wieder an Es will vom Essen Noch ein bisschen Plauschen Und darum fragen wir Wer er ist Es bohrt in der Nase Und starrt dich an Gerisst Er starrt dich weiter an Und erforscht mit den Fingern Seine Nasenhüllen Jiii Was bist du Er hebt den Arm Und kratzt sich träge Unter den Achseln Gehirlis Verrast du Was ist dein Gehirlis Er rübst Und eine widerliche Gestank Verpässe die Luft Er zeigt träge Mit den Fingern auf sich Ich bin ein Gehirlis Und mein Rang ist Verrast du Was gibt es denn sonst noch Für Ränge Er betracht Er betrachtet Gelangen während Seine Clown Und zuckt die Schultern Es fühlt mich Ziemlich unerheblich Da ich der letzte Gehirlis bin Der du dir begegnen Den du gesehen wirst Mhm Aber wir konnten dich Was bist du Was ist einfach Staru Das sagt dir Ach ja so ein Rang Und was gibt es für Ränge Ja haben wir schon gesehen Was machst du hier Er gähnt Und dich umhüllt Eine Wolke Seines übelriechenden Apens Suche einen Deva Schmecken gut Lutsche das Mark aus den Knochen Du willst Trias fressen? Es sieht dich gelangweilt an Nein Deva Was interessiert mich Irgendwo ein Trias Trias ist der Name Des Deva Er zuckt die Achseln Und langt nach hinten Um sich am Rücken zu kratzen Trias Schmiers Mir egal Wie du es nennst Für mich ist es Ein Mittagessen Aha Was kannst du mir Über die Karserie erzählen? Er öffnet den Mund Und pult mit einer Kralle Etwas zwischen den Zähnen heraus Seine Antwort ist Genügend Hi mein Hi Nicht Deins Du bist hier nicht willkommen Ähm Ja Was kannst du mir Über die Katakomben erzählen? Er schaut sich um Und zuckt mit den Achseln Nichts Bin hier rein Auf der Suche nach Deva Hier unten lebt Ein Schwarzhändler Der seinen Tod wünscht Er starrt dich Verdutzt an Und nickt an Ich weiß Ich wollte ihn neulich fressen Aber er ist mir entwischt Hab versucht ihn zu fangen Aber er hat sich hinter Fallen verbarrikadiert Es zuckt mit den Achseln Ich kann warten Eines Tages wird ihm ein Fehler unterlaufen Lecker Ich habe noch mehr Fragen Ich muss gehen Auf Wiedersehen Ach schon wieder Reime hier Es grinst dich breit an Gut Mir reicht's mit den Fragen Essenszeit Er greift dich mit einem Sprung an Verteidige dich Schon gut Hier wir machen mal wieder Magie vom Feinsten Wenn wir schon hier so Special Übergegner bekommen Einfach nur schwache Magie Hier Blitzbälle für dich Und da kommen kann auch noch Bestimmt wieder was schönes Hier nochmal so ein Kraft Kraft Ding Ach er ist schon tot Jetzt füllen wir noch die Trelon Zerglinge Und nächstes Mal holen wir dann wohl Direkt unsere Belohnung ab Wir gucken eben noch was die Fallen gelassen haben Eine Schriftrolle Blindheit Und sehr hart fallen lassen Eine Schriftrolle Schild So hier holen wir nochmal die Blindheit an Start Genau Und ich verabscheue Verabscheue euch hiermit Ja Auch ab und zu Nein eigentlich nicht Ich mag all meine Abonnement Glaube ich Bis auf die Ach ist ja auch egal Ähm Ja Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal